und damit herzlich willkommen zurück zu let's play the binding of isaac dieses mal mit einem ahoy von freddy und einem seed run und zwar das sieht hab ich schon vergessen ach da steht er 6k re 33 ak und den werden wir mit ihnen spielen von dem wir nur zwei tokens haben und ich habe gerade den thompen runter gedreht weil man das sonst hört ja ich habe keine ahnung wie es funktioniert aber der seed ist von mir ja der seed ist von freddy hat den gezockt und wir haben gleich ziemlich op-items laut freddy was moment das sollte ach weil du es noch nicht hast dann musst du den darkroom schaffen aber trotzdem kannst fliegen also ist das noch was hattest du satanic bible ein schwarzes herz alle sechs räume kann ich machen aber sein land ist den habe ich nicht aufgesammelt weil ich den hasse ich mag den das explodieren ja ich weiß und ich kann jetzt alles auf abstand halten möchten wir haben so noch brauchen möchte fliegen kann ich nicht dann ist mein run ja noch op ja aber ich habe ein hp item direkt am Anfang bekommen das ist ein bisschen geil geh weg mit der bombe habe ich den geheimraum da unten aufgemacht den hier ja das hatte ich gerade versucht genau das gleiche ich gemacht genau das gleiche ich hätte mich noch mal warten können du hast ich wusste nicht was da drin war ich muss gerade überlegen ok dann machen wir das mit dem ersten boss chr lacher alt lacher alt ist tot range ab ok in den shop gehen wir nicht ran und nebenbei natürlich noch etwas leckeres genießen hier ist natürlich apfelsaft von der marke thalmadjoo und von der marke baileys hazelnut schild das ist jetzt eigentlich product placement ja wir kriegen drei millionen von jedem ok das gefällt mir und ich schätze mal einer von uns beides mindestens zu leise ja wenn nicht sogar viel zu leise aber ich mag den brimstone das geile an diesem wand ist dass man einfach einen brimstone einen richtigen brimstone voran hat common cold gott sei dank gott sei dank ey poison damage zum brimstone ok mein brimstone ist grü- iiii geht ich krieg augenkrebs voll geil ja voll geil ja mhm ah jo ist geil ach schläffig mhm schläffig ach ach jo das sind wer falls man das gehabt hat das mein ding hatte ich gar nicht als gegner den hattest du schon an den ich freigeschaltet hab ich hatte den geist ja den hab ich in dem profil nämlich freigeschaltet also man merkt der run ist noch ein bisschen anders als da kriegst du ich weiß nicht was man davon freigeschaltet hat aber auf jeden fall den 4 shot und den 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 das damage habe ich mitgenommen weil man da auch ein 10 hat bekommt 4 shot hast du theoretisch auch mitnehmen können aber das ist nicht nötig ok man hört wahrscheinlich jetzt im hinterhauen die flasche schrauben ja 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 mhm und wir sind beide schon wahrscheinlich zu leise deshalb werde ich uns lauter machen müssen das ist ne lüge ab nächstem jahr nehm ich ja mit order city extern auf und dann ich hab keinen schlüssel warum machst du das? ähm weil ich dann über das board aufnehme übers mischpult und dann ist es einfacher wo ist die noch nie ne? danke man hört dich jetzt im internet ich hab so film wieso fick dich? das war von vorn rein klar dass wir jetzt aufnehmen haben wir doch nicht gesagt oder so zweimal hey wollen wir aufnehmen? ne ok machen wir trotzdem ja ja an die alters bin ich zum beispiel nicht rangekommen weil ich nicht fliegen konnte oh und du wolltest wahrscheinlich einfach keinen schaden riskieren ja ja warum riskieren? da krieg ich hundertprozentig schaden ja du wolltest keinen ja und er kann jetzt auch nichts freischalten natürlich weil er gerade das hinspielt ist du musst mir nächstes mal sagen wo ich lang geben muss damit ich zum ding ins komme weil dann will ich da erstmal hin nein oh yes das ist krebs und wie man vielleicht sieht das trinket von uns ist natürlich auch krebs das heißt wir können schnell unseren blumstern abschießen was ziemlich geil ist da oben liegt ne münze du simmert sie auf das macht cancel? gibt dir 3 seelenherzen und nachdem du einen schaden in den raum bekommen hast besteht die chance nein dann kriegst du hundertprozentig den wafer effekt also nur 15 prozent schaden das heißt wir könnten vielleicht auch satan mit diesem seed besiegen ja wenn ich einen satan in den raum kriege nicht so wie eben gerade nein 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 ich weiß nicht was da drin ist hast du das gemacht? weiß ich nicht mehr da bin ich nicht reichen gegangen weil ich nicht fliegen konnte wow ein herz schaden ja hattest du auch so viele seelenherzen? ja ich hatte noch ein paar mehr die war da drin stimmt und da oben? weiß ich nicht das weiß ich nicht das ist durch soll sie aufmachen? weiß ich nicht ne durch den item raum aufmachen? mein trinken ist leer mhm wow such boss kampf such damage ohja damage ne vor allen Dingen dadurch sind wir jetzt schneller geworden und kleiner und wir haben eine pill bekommen die gut war beziehungsweise nicht schlecht das habe ich auch natürlich direkt zu weit getestet wow ich weiß dass das nicht geht ich habe es mit dem anderen brimstone schon gecheckt wow ich wollte gerade noch mal gucken was in der Ebene war war es aber nicht wie schnell bin ich bitte? oh also boss rush darf wir schaffen na aber kannst du nichts freischalten dadurch ja nicht so schlimm ist eh nur ein Eden Run ich mag Eden Runs eigentlich nicht der emperor teleportiert uns zum boss raum? ja würde ich machen ich glaube die Ebene habe ich nicht komplett gemacht weil ich keinen bock mehr hatte ja aber ich will wow full health danke ich will schon noch gerne den Raum hier haben ja den habe ich auch noch geholt ne habe ich nicht oh obwohl ich glaube ich bin jetzt in dieser Ebene ich habe noch nicht so lange Zeit gehabt das kann auch sein dass ich den nicht geholt habe genau für eine Münze gehe ich jetzt in den Shop na 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 ja fick dich abgehen brauche ich das Einhorn? nein doch ich geh damit zum boss danke wow 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 das hat ich keine Herzen mehr das hat volle Herzen sein Ernst ne ich glaube auf dieser Ebene war ich noch gar nicht weil ich kann mich nicht daran erinnern dass ich GERBY hatte dann weißt du es jetzt es weibert mich jetzt weißt du ob auf dieser Ebene irgendwo nein ich würde es auch nicht mitnehmen weil du dann kein Fliegen mehr hast ja das fiel mir auch erst danach ein nachdem ich es gekauft hatte was man gemerkt hat ich würde vielleicht da zwei Münzen reinstecken Münzen? äh zwei Herzen äh zwei Halbherzen weil du hast dann noch ein Herz da ich weiß im Geheimraum ja jetzt habe ich hier noch eins was ich... ja ok doch auf der Ebene war ich schon aber ich hatte hier andere Sachen und Gegner wahrscheinlich weil ich irgendwas hatte was du nicht freigeschaltet hast ja ich hatte auch viel mehr Champions hier weswegen? weiß ich nicht vielleicht weil ich cool bin aber ich habe es nicht im Hard Mode gespielt ok äh dann gehen wir nochmal 10.000 Leben spenden hast du das einmal schon eingesetzt? dein Boss? ja dann hätte ich es vielleicht nicht machen sonst ein bisschen Geld rausholen können ja kann ich doch so auch ganz gut ich habe jetzt hier noch eins zwei sogar also ich kann auch vier mal rein spenden voll geil voll geil ja aber ich habe den Blood Back war noch nicht siehst du der ist richtig schlecht der war voll gut weil ich Sachen hatte die mir über Schaden Leben gegeben haben wissen wir jetzt irgendwelche anderen Herzen und dann war das eigentlich ein ganz schönes Item hatte ich extrem viel Geld die ganze Zeit soll ich noch in den Shop gehen? kannst du machen ok dann wird der Dingens Run jetzt doch eng der Boss Rush nein 9 Minuten wir sind auf äh Caves 2 na wird eng wird eng ja achso ja der Itemraum ich werde jetzt dezent verwirrt ähm das da ist scheiße ist ein Space Boy Item ja würd nichts kaufen nichts z z abgehen abgehen Alter ich brauche echt ganz dringend noch ein Mikrofon willst du mich verarschen? wieso? ich nehme mit meinem Headset auf tja professionell weißt du ja ja weißt du professionell schläg schläg der lässt einfach die Taste los wir sind gleich wieder feucht da nach einer kurzen Werbepause Werbung das sind nicht 50 Milliliter willst du mich hier abfüllen oder was? klar Werbung Ende weißt du ja ich hab die Ebene einfach übersprungen mit dem Item oder ich hab was anderes bekommen wieso? würde ich nicht mitnehmen wegen Brimstone weil ich mich an den Gegner wieder erinnern kann und wieso soll ich dich nicht mitnehmen wegen Brimstone? ja weil du dann langsam mal auflädst echt? ja du der Cancer ja gut ausgewichen na das war geplant das war nicht versehen dich einfach nur in den Raum gelaufen na 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 das war geplant ja ja ich lege auch noch ein bisschen ja ja hallo ich dachte gar das wäre hollow alter ich hasse hallo hallo? der kommt noch irgendwann hier wurde ich getroffen der hat mich richtig gequickscoped da hat dich gekocht oben rechts in der Ecke war das Teil und durch die Ravitation hab mich die Scheiße noch getroffen weil ich da links unten ausgewichen bin hat da ein Bombenflieger irgendwas schon gemacht? ja sie hat ein paar mal Gegner getroffen zum Beispiel zum Beispiel das ist das einzige was ich kann ja ja super steini kacki wo das ist äh The Poop ja Moment warum hat man die? egal den hab ich mir freisprengen müssen der hat mir ein HP abgegeben dann wird er mir wohl das gleiche geben ne? wahrscheinlich ja genau das gleiche und da bin ich auch reingegangen und da gab's weiß ich nicht drin was hab ich gemacht oh nein das hab ich nicht gemacht zum Glück Ops sprain nein das hat er nicht gemacht das hat er gemacht das hat er nicht ne das hat er nicht ne ich kann auf Entfernung gehen das ist nicht so schlimm Bob sprain ist nur schlimm wenn du nicht auf Entfernung gehen kannst ja so zwei Explosive Gegner ja zwei Explosive Freund das ist nicht ich seh die nie ich seh die eigentlich auch nicht nur wenn du mein Seeds spielst ich glaub hier hab ich dann langsam aufhört zu spielen ich bin mir nicht mehr sicher oder diese Ebene habe ich übersprungen keine Ahnung ich hab irgendwas übersprungen weil ich keine Lust mehr dazu erkunden nein da war kein Kreuz ok doch Gott schon ich hätte hier ein Kreuz übersehen ne das kann ich mir ja nicht geben Ops sprain ist total useless das macht einfach die ganze Zeit nichts vor allen Dingen mit Brimstone da sind die meisten Gegner schon tot bevor das überhaupt äh äh angehen weil man das war die Big Beautiful Fly ausnahmsweise nicht der Brimstone Brimstone der Brimstone ja ja das ist der Brimstone oh ja da muss ich ne Bombe für abfahren und n Schlüssel und n Schließtli gut dass ich fliegen kann, was? Assi zumal hab ich ne satanen Spiegel und da hofft schwarze Herzen ich würd in Schock gehen was macht die Batterie die große? äh äh aufladen in Räumen also useless für mich das hab ich selber bekommen was? den Kackehaufen ja ohne irgendwas zu sprengen also den das ist da, steckt die Karte auf ne? und teleportiert mich zum zum Secret Room zum Secret? das war bei Räumen nein, nicht zum Secret, sondern zum Item nein, zum Item ja ok dann gehen wir jetzt zum Emperor ja bei mir war der Rot wahrscheinlich wollte ich ihn noch ich weiß nicht hattest du vielleicht noch ein Challenge mir Item? nein ich hab genau gleich ein Item wie du bis auf das fliegende Pferd jetzt nur die satanische Bibel ich hab auch Abaddon freigeschaltet ich weiß nicht womit ich glaub Isaac tot mit Razzazze kann das sein? kann durchaus sein ich weiß nicht obwohl das könnte ja vielleicht was anderes ähm ja weitergehen rooms suchen nein nein ich muss noch ach ich muss ja nur noch Mami killen geht auch schnell ne? haa lächerlich specher mich weg das mach ich schon weil sie sagen müssen haa Barkeep hau raus was in deinen Fässern steckt ja keine Ahnung von diesen komischen Songtexten die du da rappst ich sag Rape den hab ich nicht bekommen den Schlüssel das ist der Hollow ich wusste dass er noch kommt ok das heißt hier warst du auch schon ja irgendwo war ich ich weiß nicht wo ich aufgehört hab auf jeden Fall ich weiß nicht ich glaub ich hab in The Womp aufgehört irgendwo also hast du nicht den Boss Rush gemacht? ne hab ich ja schon ne Moment ich bin also ne ich glaub ich hab hier irgendwo aufgehört auf dieser Ebene ich bin mir nicht sicher also ich bin auf jeden Fall also ich hab auf jeden Fall noch Boss Rush Zeit du sieger selbst gespringte Folie ja krasser NW übrigens obwohl er so mit der Kummer recht einprass Moment aber mir fällt grad auf dass ich ja den Boss Rush freischalte also es Dings bekomme weil ich ja kein Seed Benutzer weil das ja mein Seed ist ja muss ich mich vielleicht mal ein bisschen beeilen da muss ich mich vielleicht mal ein bisschen beeilen sagt er ja ne also in dem Raum war ich noch nicht glaub ich auf der Ebene hab ich aufgehört das kann durchaus sein da komm ich gar nicht rein danke wo kreuz 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 ne in den Challenge Raum so ich muss ihn abgehen Abgehen Deine Herzen müssen abgehen meinste? tap check ich mag die Tax Flies aber das ist die scheiße dass die da dran ist ja ich find die blaue besser ich auch aber am schlimmsten ist die weiße was macht die? das ist so wie die rote nur eben dass du Schaden dafür bekommen musst damit es die angeht ach die ja vielleicht nur in den Shop gucken danke Bob's brain ich will nicht nur in den Shop gucken ich will auch noch in den Arsch gucken Blue Map kaufe ich das kaufe ich die Schlüssel kaufst du wahrscheinlich auch wenn du 10 weniger hast tatsächlich nein ich hab 10 Bomben weniger wieso seh ich die Blue Map ach ja zeig nur die Secrets an nice dann weißt du schon mal dass du bis hierhin keine Tür aufmachst hier und da bist weil ich trotzdem ja bis dahin hast du wahrscheinlich wieder vergessen ne ja ich trinke heute Nacht Apfelsaft und zwar nicht wenig will ich noch was machen? ah die Arcade hätt ich gerne ich will vielleicht in den Geheimraum gucken darf ich die noch nicht? ich glaube nicht ich will die Arcade haben muss ich überhaupt 3 Minuten das schaffe ich? das schaffe ich? nein vor allem nicht wenn du das machst was willst du 3 Minuten im Arcade machen? hey mach doch erst den Bosch ah ne kommst du noch kann ich nicht doch Stars hoja ho hm oh ja oh 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 jom hallo mom ach fuck das funktioniert nur nach vorne ok nein es funktioniert in die Richtung in die du guckst hab ich ich hab nach oben geguckt und hat nicht funktioniert ach ne ich hab nach da geguckt weil ich nach da geschossen hab na wo es kann auch sein dass du nur zu den Seiten chargen kannst aber wirklich nicht sicher ich glaub doch ich glaub man kann nur zu den Seiten chargen hast recht ok 옆 zum glück wurde hier auch gepatcht dass man Damage ich würde vorher den Staton noch gucken zum glück wurde gepatcht dass man dass man mit ihnen den selben dings hat wie ja was ist da rechts unten ist hat und macht mehr schaden aber spider baby ist auch geil weil du gegner hinter dir los ich würde alle nehmen die hat machten zwei leben hoch und macht dich langsamer und gibt hier anderthalb herzen ja und das rechts oben das rechts oben ist punch in back das greife also manchmal ach das ist der das was ich beim ersten run hatte und ich wusste was es macht flow nisch würde ich nicht nehmen warum nicht ne ahnung moment hast du doch du hast es doch ne ich war grad ein bisschen verwirrt im kopf was ist das das ist die erweiterte von benjamin die habe ich immer schon so schnell so gekillt dass ich die gar nicht mitgekriegt habe ja ich sehe es aber ich werde nie in die kacki den hatte ich in der letzten runde auf einem anderen profil als normalen ich auch letztens mit meinen soil tiers hat keinen spaß gemacht du go flys hallo piep ich hasse piep immer die exklusiv sind es gibt einen raum mit piep wo piep total ungefähr ist doch da ist er so ein kreis von steinen und er kann nur oben und unten raus und da er immer auf dich springen will muss auch nur so nah an den steinen stehen dass er dich trifft abgehen komm Junge das war dein fliege der überall ausgewichen bist das ist alles gut jetzt gleich mal das Gemini und diese andere Form von Gemini ich hätte übrigens ganz gerne mal ein paar Seelen herzen pass auf die rote Kacke auf die beides was bist du da äh den gibt es glaube ich übrigens nicht mehr als normalen Gegner gibt es glaube ich ich bin mir nicht sicher ich hatte ihn nie gehabt ich auch nicht aber ich hatte viele Gegner nicht mehr ich habe insgesamt jetzt 34 Stunden oder so mit Isaac verbracht ich habe ihn noch nie gehabt ich mehr ja klar du hast ja auch mehr Zeit als ich ich nicht du kannst ja auf der Abi auch einfach Steam installieren könnte ich aber ich darf nicht echt nicht das ist schon voll ja Hatch hat nochmal vorher hatten wir jetzt Hatch hat sind 3 3 1 3 4 normalen gegner muss doch erst mal die zweite ebene ist ganz oft machen 45 mal und von ihm kriegst du immer den kleinen gescheit begleite ich hasse welche gegner doch mit chat so wie man den chat lassen sehen herzen müssen runter ausweichen begleiter ich super ja aber nicht ganz viel der die rote herr also der chance hat rote herzen zu geben wenn du keine roten herzen hast jetzt wir sind nur katzen schädelte der rote der rote job den sachen das ist jetzt die schlimmste phase für mich und das war ja vor allem noch zweimal nach unten gearcht nach oben macht der glaub ich keinen angriff ich bin mir nicht sicher ich glaub nicht pass auf du hast gleich noch ein kacki ich hab's gesehen jetzt gleich noch ein herz und dann verlierst du dann die reiter die reiter sind ja nicht so schlimm warum ach er hat gerotzt der wichser so wurde kacktus über dir zuerst tot zuerst tot wegen seinem sensen tot ich bin verlangsam und das war's mit dem uns weil er das macht das ist eine der wenigen gegner die uns hier haben ich muss dir sagen wenn das gleich zu sehr stinkt wird sich einfach so starst das nicht mehr Machste nicht. Ich werd hier nicht drauf gehen. Oh ja, er ist runter gefallen. Ah na, wo ist dein Mount? Oh, jetzt ist auf die Schnauze gefallen. The Fallen, na klar, leichtes Gegner. Und noch der andere. Was, der lebt noch? Nein, das ist das Pferdchen. Ach, das ist Horseless, Headless. Horsemann. Ich hab keiner, wie der heißt. Ich glaub, der ist wirklich Horseless, Headless Horses. Geschafft? Da ist noch ein Item. Ich weiß, was ist das? Tough Love, da hast du die Chance manchmal ein Tarn zu schießen mit normalen Items. Ein Tarn? Zahn. Ach so. Toothlovest, okay. Nein, das heißt Thug, äh, Thug, Thug, T, H, O, U, G, H. Also nicht Zahn, sondern Tough, also harte Riebe. Oder sogar Thug, vielleicht auch Thug, ich weiß nicht. Dümtü, 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 dümtü. Hallo, Geld. Wollen wir mal ein bisschen nippen? Nipp, nipp. Oh, Lemon Party. Das wird eingezahlt. Das hat's nicht gemacht. Das macht er nicht. 10 Minuten. Ah, ist der einfach was sinnvolles? Raus jetzt. Achso, weil ich ein Ding ins Spiele. Ein Set. Ah, komm mal, ich mach die auf. Ah, komm mal, ich mach die auf. Da kann man nicht mal Geld rauskommen. Hm? Da kann man nicht mal Geld rauskommen. Was glaubst du, ob ich die auch gemacht hab? Weiß ich nicht. Ich hab das nie wusste. Mach mal ein Glas nippen. Nipp, nipp. Ich könnte das dann eben auch noch Sonnbeeren machen. Bitte nicht. Für 10 Minuten. Alter, wie oft ich diesen Raum jetzt heute schon hatte, ne? Ein einziges Mal. Nein. All in. Nippe. Hey, hey. Hey, 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 hey. Oh, Gott, ja. Oh, Gott, ja. Ich werde denn übrigens nicht so oft die Trance kommen. Freddy, wir müssen... Abgehen? ...morgen aufnehmen, weil ich morgen hochladen muss. Wir müssen morgen aufnehmen, weil wir Titan Quest... Moment, morgen ist Samstag. Ja. Du kannst morgen nicht aufnehmen. Doch, ich kann morgen aufnehmen. Hat sich rausgestellt. Und wir müssen morgen aufnehmen, weil ich morgen hochladen muss. Nein und nein. Hm? Mal gucken. Ja. Gehen wir morgen in die Stadt? Mhm. Mal gucken. Und bei mir? Ja. Thanks, mate. Ich habe 8-Grain. Zack. Diese Muschi-Kläuse, Alter. Die ist für den Arsch. Eine Muschi ist für den Arsch? Nein, die Teile sind für den Arsch. Achja, okay. Ja, ja. Ach, schlack. Ich dachte in die Müde. Schlecks zu Kralli. Woher ist er von dem... ...ding... ...Spider... ...Spider Ass? Ne, Spider Ass ist ein anderes Item. Das heißt Spider-Bud. Ich weiß nicht genau, was das macht, aber... Spider-Bud. Das ist wirklich so. Ich krieg's mal gar nicht mit dem Gegnerstirn. Hä, 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 hä. Hä, 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 hä. Oh, der 2-geteilte Loki. Der 2-getote Loki. Zwei...oh, warte. Nochmal Short-Speed Up. Nice. Short-Speed Up mit Blimstone. Ach, hübsche Flickre. Das nimmst du nicht. Nein. Nein. Hyro-Fant. Nice. Hyro-Fant. Warum gehst du nicht weiter? Willst du die ganze Ehre noch machen? Ja. Ja, ich hab ja Zeit. Ne, ich hoffe, ich hab Zeit. Ach, ja. Ach, ja. Ich hab noch nie diese Schlachträume benutzt. Noch nie. Einmal hab ich da auch so rein gelaufen und direkt in die Kiste bekommen. Ich hab auch... Ich bin da, glaub ich, auch einmal versehentlich drauf gelaufen. Ich weiß gar nicht was. Irgendwas schlechtes. Ich glaub den Leiter. Was Schlechtes. Mit Azazel. Halt für mich in diesem Moment was Schlechtes. Na, das ist so leid, sag ich auch nicht. Mit Azazel doch. Doch. Ich sag hier auch nicht auf. Was machen die Gegner? Welche? Die. Die machen gar nichts. Warum gibt es die? Die haben keine Lebensberechtigung. Abgehen. Das heißt, ich hab keine Lebensberechtigung. Ja, ich glaub so könnte ich Sotan durchaus schaffen. Das Geile ist, wenn diese grünen Bomben fliegen, da explodieren, die schießen ja immer in die Richtung, wo du bist, dann kannst du schon eine Kettenreaktion machen. Dafür soll es denn schief und gehen. Das ist dann wie so, 360 no scope, äh, quickscope. 360 no scope, quickscope. 360 no scope, quickscope. Scope, scope. Scope, scope. Scope, scope. Willkommen. Du bist ein behinderter Laffel bist du. Tu mehr. Abgehen. Oh ja. Schläck mal die Nudeln. Die vom Chinesen, was denkst du ihm jetzt schon wieder? Die Nudeln. Von Italienern. Wollen wir mal Pasta holen? Ich hab Bock auf Pasta. Ich krieg ich Hunger. Ich nicht. Ich hab Bock auf Pasta, ey. Ich hab aber keinen Hunger. Lass mal ein französisches Restaurant gehen und einfach nicht bestellen, was aber scheiße schmeckt. Wir wollen Crepe holen wir uns. Was soll ich denn zu Crepe? Krebs. Ne, ich saß ja schon zweimal. Hm? Das hab ich schon zweimal. Ja, genau. Cancer heißt übrigens Krebs. Oh, dein Ernst. Genial, also wenn euch eure Mutti fragt, nein, wenn ihr zu eurer Mutti geht und sagt, ich hab Cancer, ich hab Cancer, dann wundert euch nicht, wenn sie geschockt ist und eventuell weint. Vielleicht wirst du bei euch sowieso nicht. Ne, ich mag euch einfach nicht. Jörg, deine Mutter mag dich einfach nicht. Hallo Jörg. Jörg. Jörg guckt das gar nicht, oder? Ich weiß nicht. Vielleicht. Ich kann in Stachel, ich kann kostenlos in den Stachelraum gehen. Kann man sich ja einmal raussprengen. Ich hab's einmal, dass ich mich nicht raussprengen konnte. Das war nicht der Stachelraum. Ja. Ja. Nehmein Geld. Du wirst mir missen. Nimm DAS Geld. Nimm DAS Geld in den Mund. Nimm DAS Geld in den Mund. Nimm DAS Geld in den Mund. so verzieht man Kinder wer ist dieser Fisch hier? Moment, ich glaub hier war ich auch schon, weil ich hab dich auch aufgehoben, aber ich hab nicht so viel andere Scheiße wie du und ich hab viel mehr Herzen Man kann sich da nicht reinspringen? wie du gesagt, jetzt kann ich auch nicht rausspringen Nein, nein Aber das ist mein Herzen, aber hier doch trotzdem nur deinen Schaffelraum gleich eventuell Eventuell, sagt er Eigentlich meint er Elfenduell Das versteh ich nämlich nicht Freddy ist behindert Sie wollen nicht trinken Apfel zu Das sind Lüge Lüge Wow, such Alkohol Mani viel Mani viel Was lag da gerade? Moms Ei? Weiß ich nicht Ein Trinket Ich glaub Pinkie Ei Wirst du Moms Moms? Ich glaub Ich glaub Was heißt Pinkie Ei? Vielleicht sollst du's aufsammeln? Mal gucken was das war Warum hast du ein Herz weniger? Beschnupp oder wat? Neckereien fliegen in den Schlüssel Das Logik Ich hab keinen Herz weniger Hattest du eben gerade? Nein Weiß mir das erstmal Im Arsch Oh my fucking Siehst du es heißt Cricket's Head Und ist ein Hundekopf Ja, so ein Katzenkopf Ja Ja Die Katze vom Pinkie Ei Ich weiß gar nicht was Pinkie Ei macht Chance auf Gift Schaden manchmal Also das was wir schon haben Boah muss ich mitnehmen Abgehen Oh mein Gott Lass dich von allem treffen Hm Fast wie du Just this Ich lass mich nicht von allem treffen Ich bin eigentlich ganz gut zum Ausweichen geworden Ne ich nicht Weil ich immer nur auf einen Gegner fokuse Ne ich nicht Ich fokuse alle Gegner Geh in den Stachelraum Stachelraum Also Wir sind jetzt hier erstmal ein Augenblick Hoffe ich Euch ist das klar Komm ein bisschen Geh doch einfach von oben und nicht aus dem Automaten ran Geh doch einfach von oben und nicht aus dem Automaten ran Ich komm kostenlos in den Stachelraum Ach halt Dann kommst du nicht mehr raus Dann kommst du nicht mehr raus In den Stachelraum komm ich sowieso kostenlos Nein will ich nicht Ja du hast gesagt du kommst kostenlos in den Stachelraum Ich hab gesagt du kommst kostenlos wieder raus Ja ich komm auch kostenlos in den Stachelraum Kannst du nicht beschreiten oder? Halt den Schnauze Was siehst du? Reden nicht so laut Halt deine Schnauze Are you withered? Schade ich kann die Level Party nicht mitnehmen Ah Oder Default Health Pelle Die brauch ich auch nicht Warum? Scheiß auf Nebel Abgehen Er will sich auch umbringen gehen Oh die Polizei Kann man doch nicht die Polizei rufen Wenn sich jemand umbringen will? Ja Nein zu oft Kann man Das muss man sogar Oder ein Kleinkind wackeln Oder irgendeiner Scheiß Also du magst die Person nicht Dann ist es egal Das weiß die Polizei Ich kenn ja jemanden der sich umbringen will Okay Den wir beide kennen Ja Nicht Kirchi Den kenn ich ihn nicht Oh schau du kannst auch ganz rum Okay dann hoffe ich euch haben diese 33 Minuten 33 gefallen Und man sieht sich beim nächsten Mal wieder Auuu Hatte ich noch eine Bloodbundation Machine? Kannst dir mal kurz den Seat zeigen am Ende Aber wo man ja am Anfang schon gesehen hat Das ist das Seat Abgehen Ich hab ihn ja auch vorgelesen Musst du nicht Das kommt jetzt schalten Es kommt nichts mehr interessantes Doch kommt das Jetzt kommt Die absolute Wahrheit Er Da Jetzt kommt der richtige Wir sind das von K1G Moshido Meinst du das besser als der letzte Ja Ja schlechter geht ja auch nicht mehr Ja die goldenen Platten waren bestimmt teuer 10 ich muss mir irgendwo Schaden machen gehen statt drin zu äh statt nur einmal wieder rein zu gehen nein ich gehe immer wieder rein ich wäre fast nochmal reingelaufen was wäre ich denn toll die sind in diesem Challengeraum gewesen oh eine normale damit hätte ich richtig gewonnen auf die Scheiße noch ein Schaf das wäre so lustig ok jetzt gehen wir noch einmal mit einem Herz oh 1,5 Herzen den Super-Boss Gegner töten ich suche noch die Geheimräume den Super-Geheimräume, ach hab ich schon dann hoffe ich euch euch gefallen, hau rein, tschüss tschüss, zeig dir das Ending noch ach ja hast du schon gezeigt? wahrscheinlich schon weil nein, so oft hab ich mir noch nicht gefühlt ich zeig das Ending nie ach so aber du kriegst doch hier vor gar nichts klar klar ein weiteres Item nein doch alle Teile sind aus dem Freistoß und ausgeschaltet glaube ich oh guck an Kerster wo ist denn da drin? erzähl doch mal oh oh das ist iPhone iPad ok, nein grab Rubber ach stimmt, das ist Rubber-Scheiß ok danke, tschüss tschüss das ist das ist